Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren Bild von mir und heute werde ich euch ein Update zum Fertigkeitenbild zeigen. Ihr seht hier oben rechts in der Ecke, ich bin im Moment auf dem PTS unterwegs, habe mich aber trotzdem dazu entschlossen euch den Bild heute schon zu zeigen. Denn ich denke so viele wahnsinnige Änderungen werden sie an dem Bild nicht machen, denn er ist keinesfalls overpowered, sondern pusht nur einfach eure Fertigkeiten etwas, so dass ihr in Zukunft mehr Schaden machen könnt. Und wenn du dich wunderst, warum du immer der Letzte bist, der erfährt, wenn ein neues Video von mir online kommt, dann liegt es vermutlich daran, dass du dem Kanal bisher noch nicht folgst. Kein Problem, kannst du ändern, jetzt den Abo-Button klicken, Glöckchen aktivieren, kostet dich keinen Cent und in Zukunft bleibst du immer auf dem Laufenden. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit euch auf den Schießstand gegangen, denn ich werde euch zwei Varianten zeigen, wie ihr in Zukunft euren Fertigkeitenbild spielen könnt. Hier ist die erste Variante, ich benutze als Waffen schon mal die Harmonie, ganz einfach deshalb, wenn ich die Harmonie einsetze, dann kann ich hier nochmal bis zu 40% mehr Fertigkeiten-Schaden rausholen. Als zweite Waffe benutze ich auf jeden Fall das mechanische Tier, weil bei dem mechanischen Tier ist es so, wenn ich einen Gegner töte, dann bekomme ich eben eine Überladung und damit generiere ich dann auch wieder entsprechend mehr Schaden für meine Fertigkeiten. Was haben wir hier für Teile drin? Ganz klar, wir fangen mal mit den klassischen Teilen an, wie Hanna Ju, das benutzen wir natürlich immer, weil wir bekommen hier Fertigkeiten-Tempo und natürlich Fertigkeiten-Schaden und wir haben hier einmal perfekt kombinierte Waffe drauf. Und perfekt kombinierte Waffe, da ist es hier, ein Übersetzungsfehler ist eben so, dass wenn ich auf ein Ziel schieße, bekomme ich eben drei Sekunden lang nochmal zusätzlich 30% mehr Schaden, also Fertigkeiten-Schaden auf mein Ziel. Und das ist wirklich eine gute Sache, wie gesagt, das ist hier ein Übersetzungsfehler, lasst euch davon nicht täuschen. Es geht rein um das Draufschießen auf das Ziel. Als nächstes, klar, benutzen wir natürlich auch wieder Hanna Ju, logisch, natürlich hier die Knie, damit wir auch hier nochmal Fertigkeiten-Schaden rausbekommen. Und dann haben wir hier noch einmal Wirbernwehr. Und warum benutzen wir Wirbernwehr? Weil wir auch hier nochmal Fertigkeiten-Schaden draufbekommen. Ihr seht, mein Wirbernwehr-Brust ist nicht unbedingt ideal. Ich müsste hier nochmal vielleicht was bekommen mit Fertigkeiten-Tempo drauf. Habe ich nicht und wird sich in Zukunft sowieso ändern. Das werdet ihr da gleich sehen. Und als weiteres benutzen wir Glaskanone. Klar, wir bekommen mehr Schaden mit Glaskanone, aber wir machen eben auch 25% mehr Schaden. Und zwar aus allen Quellen. Das heißt, ob ihr draufschießt, ob eure Turrets draufschießen, ob eure Drohnen draufschießen. Ihr habt hier eine Schadensteigerung von 25%. Dadurch, dass eure Drohne und euer Geschütz ohnehin ein bisschen tanken, das heißt, die Gegner ablenken, ist es auch nicht so dramatisch, hier mit Glaskanone zu spielen. Und jetzt werden wir mal auf das neue Set eingehen. Und das neue Set, das nennt sich Empress International und bietet euch eine ganze Menge. Und zum einen haben wir hier den Vorteil, dass wir schon mal 10% Fertigkeiten Lebensenergie bekommen. Das heißt also, eure Fertigkeiten leben ein bisschen länger. Gerade bei der Drohne ist es wichtig, denn die wird ja doch ganz schnell abgeschossen oder immer mal wieder abgeschossen. Deswegen ist ein bisschen mehr Leben auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ansonsten haben wir hier nochmal Fertigkeiten-Schaden drauf und nochmal Fertigkeiten-Effizienz drauf. Und Fertigkeiten-Effizienz sorgt eben dafür, dass eure Fertigkeiten, wie es der Name eben sagt, effizienter sind. Sie haben einen kürzeren Cooldown, sie machen mehr Schaden, sie haben zum Beispiel, wenn ihr ein Schild benutzt, mehr Lebenspunkte und so weiter und so weiter. Aber eben auch eure Drohne und eben euer Geschütz profitieren auf jeden Fall von diesen Faktoren, was hier Fertigkeiten-Effizienz angeht. Und deswegen haben wir am Ende auch ein bisschen mehr Schaden, als das mit dem klassischen Bild eben der Fall ist. Wie finden wir die Sachen? Normalerweise finden wir die Sachen immer aufs Gleiche. Das heißt, immer Fertigkeiten-Schaden, Fertigkeiten-Tempo und als Mod immer Fertigkeiten-Tempo drauf. Egal, welches Teil ihr normalerweise benutzt, spielt weiters gar keine Rolle. Das heißt also, ob ich jetzt hier von mir aus die Handschuhe habe. Auch hier habe ich natürlich Fertigkeiten-Schaden drauf. Bedauerlicherweise habe ich jetzt hier in meinem Fall, weil es eben auf dem PTS ist, kein Fertigkeiten-Tempo drauf. Würde ich aber eben auch nehmen. Und genau das Gleiche bei allen anderen Teilen. Also immer Fertigkeiten-Schaden, Fertigkeiten-Tempo. Das ist genau das, was ihr wollt. Ansonsten haben wir hier unten natürlich Drohne und Geschütz. Und wie finden wir die? Wir machen hier natürlich immer Schaden rein. Egal, ob bei Drohne oder Geschütz. Und wir sorgen immer dafür, dass es mehr Lebensenergie hat und mehr Dauer. Das heißt, dass die eben länger stehen. Wenn ihr könnt, also schaut zu. Immer Schaden rein und immer ein bisschen fürs Überleben sorgen und ein bisschen für die Dauer. Bei der zweiten Variante könnt ihr sehen, dass ich hier zwei exotische Teile dabei habe. Erstmal hier die Kondensator. Das ist ein neues exotisches Sturmgewehr. Und als zweites habe ich hier die Wellenform als exotisches Holster dabei. Und beide Teile werden zusammen hier mit Empress International eben mit Titel Update 12 seinen Weg ins Spiel finden. Wie man die beiden Teile bekommt, kann ich euch bedauerlicherweise noch nicht schlagen. Müssen wir uns noch erst mal überraschen lassen. Jetzt schauen wir erst mal rein hier in das exotische Sturmgewehr. Und zwar die Kondensator. Wie ihr sehen könnt, hier drüben haben wir erst mal die Basiswerte. Ich mache mit meiner Waffe jetzt hier 50.000 Schaden. Kommt auch nicht wirklich so drauf an. Denn es geht hauptsächlich darum, dass ich natürlich meine Fertigkeiten pushen will. Wäre natürlich schön, wenn ich hier mehr Schaden hätte. Könnte man auch was dran drehen. Sage ich gleich was dazu. Dann haben wir hier eine Schussfrequenz von 700 Kugeln in die Minute. Und bedauerlicherweise nur 30 Schuss im Magazin. Hier würde ich mir wünschen, dass wir ein paar Schuss mehr ins Magazin packen. Und ansonsten, klar haben wir drauf Sturmgewehrschaden. Wir haben Rüstungsschaden drauf, was eine gute Sache ist. Wir haben bedauerlicherweise Lebensenergie-Schaden drauf. Mir persönlich wäre hier Schaden an Zielen außerhalb der Deckung lieber. Aber Lebensenergie-Schaden ist auch soweit okay. Denn wenn die Gegner zum Beispiel keine Rüstung mehr haben, wie beispielsweise bei roten Gegnern oder eben wenn wir die Rüstung weggeschossen haben, dann greift eben Lebensenergie-Schaden auch multiplikativ und ist damit jetzt auch nicht so schlecht. Dann schauen wir uns jetzt mal hier das Talent an. Kapazität. Durch das Treffen von Gegnern werden Stapel bis zu einem Maximum von 50 gebildet. Jeder Stapel gewährt 1% Fertigkeitenschaden. Nach 5 Sekunden verfallen ein Stapel pro Sekunde. Das heißt also, mit der Waffe können wir hier bis zu 50 Stapel aufbauen und damit dann eben 50 Fertigkeiten Stärke mehr. Und das ist wirklich enorm, was wir hier rausholen können. Ansonsten ist es so, für jeden Fertigkeitenrang gewinnen wir 5% mehr Waffenschaden. Und das bedeutet, wir sind ja hier drüben, das könnt ihr sehen, Fertigkeitenrang 6. Und das bedeutet dann unterm Strich, wir haben hier 30% mehr Waffenschaden. Und jetzt hatte ich ja gerade eben gesagt, wir könnten hier noch ein bisschen was drehen, um ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Denn wir spielen das Ganze ja mit dem Techniker, weil der Techniker dann nochmal unsere Fertigkeiten ein bisschen vom Damage-Output pusht. Und deswegen könnten wir dann, weil wir hier eben beim Techniker einen Fertigkeitenrang haben, uns entscheiden, irgendwo auf einen Teil vielleicht Waffenschaden draufzurollen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei den Handschuhen hier. Wir können uns also hier entscheiden, dass wir sagen, okay, den Fertigkeitenrang, den brauchen wir nicht. Denn wir haben ja durch den Techniker nochmal einen Fertigkeitenrang. Und da wäre es dann eben so, dass wir hier Waffenschaden draufrollen könnten. Und zwar eben 15% Waffenschaden wäre eine gute Sache. Müssten wir natürlich das Glück haben, dass wir hier einen Handschuh bekommen mit Fertigkeiten Schaden drauf und Fertigkeiten Tempo. Die Werte müssen nicht so hoch sein, denn wir können das Ganze ja an der Optimierungsstation später aufs Maximum bringen. Aber so hätten wir dann eben noch ein bisschen mehr Schaden hier für unsere exotische Waffe. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein ins Holster. Und das Holster nennt sich Wellenform, ist ein exotisches Holster, wie ich schon erklärt habe. Und bei dem Holster ist es so, wir bekommen hier einen Fertigkeitenrang, richtig gute Sache. Wir bekommen hier im Attribut Fertigkeiten Schaden, auch eine richtig gute Sache. Wir bekommen Fertigkeiten Tempo, auch richtig gut. Und jetzt werden wir uns mal hier das Talent anschauen. Wechselstrom erzeugt bei einer ihrer Fertigkeiten jede Sekunde einen Stapel von 3% Fertigkeiten Schaden mit einem Maximum von 10 Stapeln. Nach 10 Sekunden auf dem Maximum wechseln die Stapel zu ihrer anderen Fertigkeit. Der Prozess setzt sich endlos fort. Ich möchte euch jetzt ganz gerne noch zeigen, wie viel Schaden man rausholen kann, wenn man hier das Sturmgewehr besutzt. Und zwar am Beispiel von unserem Turret. Und ich schieße mal hier hinten auf das Ziel, damit wir hier eben nicht den Wert hier verfälschen, den Damage Output. Und ihr seht, jetzt ist mein Damage gleich ganz aufgebaut. Und bei meinem Turret ist es so, dass hier jetzt gerade eben der Schaden abfällt auf die andere Seite. Sprich, wenn ich meine Drohne draußen hätte, eben bis zu einem Minimum von 250.000. Und wenn jetzt der Schaden eben gleich wieder zu unserem Turret wechselt, dann werdet ihr sehen, dass es hier steil nach oben geht, was den Damage Output angeht. Und ich schalte hier mal weiterhin auf das Ziel drauf, warte mal ein bisschen, lasse den Schaden mal ruhig ein bisschen abfallen, macht nichts. Und jetzt steigere ich das Ganze wieder. Und ihr seht, wir haben hier ein Maximum von 50 bei der Waffe aufgebaut und können hier 278.000 Schaden anrichten. Um es hier an der Stelle nochmal ganz deutlich zu sagen, ganz klar, das ist ein Bild, den ich euch hier auf dem PTS gezeigt habe. Und theoretisch könnte es so sein, dass es hier nochmal zu Veränderungen kommt. Ich glaube es allerdings nicht, dass es zum Beispiel hier zu einem Nerf kommt von Damage oder sonst was. Denn der Damage Anstieg ist ja nicht so wahnsinnig groß für Fertigkeitenbilds. Von daher gehe ich auch davon aus, dass das Ganze so live kommen wird. Und wenn ihr Fragen haben solltet zu diesem Bild oder zu irgendwelchem Equipment, dann schreibt es mir gerne rein in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben von euch. Und schaut auch gerne mal bei mir im Livestream auf Twitch vorbei. Das stream ich jetzt noch öfter wie zuvor. Das heißt praktisch jeden Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ansonsten gibt es jetzt hier zwei weitere Videos für euch. Und in der Mitte, da habt ihr den Follow-Button. Jetzt draufklicken und in Zukunft kein Video mehr verpassen. Und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns wieder demnächst. Euer der Tan.